Hallo Freunde des gepflegten Schraubens. In diesem Video zeige ich euch, wie ich die Kupplung an meine Mini-Kuber Typ R57 Baujahr 2009 ausgetauscht habe. Das Video erhebt keinerlei Ansprüche auf Vollständigkeit und soll auch nicht als Anleitung dienen. Meine durchgeführten Arbeiten habe ich der Einfachheit halber in Bildern festgehalten. Vor allen nötigen Arbeitsstritten wird aber zuerst die Batterie in der richtigen Reihenfolge Minus Plus abgeklemmt. Damit sich die Motorgetriebeeinheit später absenken lässt, muss der komplette Vorderachsträger abgebaut werden. Hierzu sind unter anderem die Spurstangenköpfe, die Koppelstangen, die unteren Befestigung der Radaufhängung Querlenker, die Bremssättel und auch die Achsmutter abzuschrauben. Achsstummel ließen sich bei mir nur mit Abzieher, Ausdrücker und einen Schlagschrauber aus den Lagern drückt. Vor man die Antriebswellen aus dem Getriebe abzieht, sollte das Getriebeöl abgelassen werden. Die rechte Antriebswelle hat noch einen Motorhalter, welcher ebenfalls abgebaut werden muss. Hier ist ein wenig angepasstes Werkzeug nötig. Mit entsprechendem Werkzeug können die Wellen aus dem Getriebe gehebelt werden. Vorhandene elektrische Anschlüsse und Stecker an der Vorderachskonstruktion trennen, um dann die Verkleidung der Rathäuser zu lösen. Dazu benutze ich eine Türverkleidungslösezange. Die Steckverbindung zu Nebelscheinwerfer, Standlichter, Klimakompressor und Getriebe ebenfalls lösen. Dann wird die Verkleidung des Vorderbaus und die dazugehörigen Radlaufverkleidungen entfernt. Ist zwar nicht zwingend nötig, erleichtert aber den späteren Ausbau und Einbau der Vorderachskonstruktion. Auch hierbei leistet die Türverkleidungslösezange gute Dienste. Alle Verbinderschrauben habe ich nach Baugruppen sortiert und in Tüten verpackt. Im Motorraum muss nun das Ansaugrohr vom Motor entfernt werden. Danach können die Schallzüge ausgeklipst und deren Halter abgeschraubt werden. Eventuelle Steckverbinder am Getriebe und die Anschlüsse am Lenkgetriebe, Servolenkung sind auch zu lösen. Im Fußraum wird nun die Lenkstange vom Lenkgetriebe getrennt. Vorher das Lenkrad unbedingt gerade stellen und verriegeln. Bevor der Vorderachsträger endgültig abgeschraubt und Motorgetriebeinheit abgesenkt werden, ist die Ausrückmechanik der Kupplung, der Auspuff am Krümmer, ein Auspuffblech und der rechte Motorhalter zu entfernen. Den Vorderachsträger habe ich vorne hinten unterbaut und mittels Spanngurten noch am Fahrzeug fixiert. Jetzt können alle Verbindungsschrauben von Träger und Karosserie entfernt werden. Die Bilder gelten im Prinzip für beide Seiten. Wichtig ist auch hierbei wieder die Schrauben nach Baugruppeort zu sortieren. Da kommt nämlich eine Menge zusammen. Wenn dann alles gelöst ist, kann der Vorderachsträger entfernt werden. Zwei oder drei Rollbretter erleichtern hierbei die Arbeit. Ich habe den Ausbau genutzt, um den Träger noch zu entrosten und aufzubereiten. Vor dem Absenken von Motorgetriebeeinheit werden noch die zwei Anschlussstecker im Motorraum abgezogen. Da mein bestellter Motorträger leider nicht rechtzeitig eingetroffen ist, habe ich diesen aus passenden Materialen halt selber gebaut. Dabei ist auf Passgenauigkeit von Abstützung zur Karosserie und Aufnahmepunkt zum Motor zu achten. Fixiert habe ich das Ganze zusätzlich noch mit Spannbändern. Nach dem Lösen von vier Schrauben des Getriebehalters unten kann die Motorgetriebeeinheit nun abgesenkt werden. Dabei ist immer wieder zu kontrollieren, ob auch keine Verbindung, sei es elektrisch oder mechanisch, vergessen wurde. Die Position der Getriebeschrauben, ob Anlasserschrauben nicht vergessen, habe ich auf einem Stück Karton vermerkt. Ein Motorrad-Scherenheber ist für den Ein- und Ausbau des Getriebes, als auch für den Axträger gut zu gebrauchen. Leider kam auch er für den Träger einen Tag zu spät an. Bevor das neue Ausrücklager eingesetzt wurde, habe ich die Glocke gründlich gereinigt. Da ich leider vergessen hatte, einen Zentriertdorn zu besorgen, habe ich mir diesen selbst gedrechselt. Die Kupplung konnte ich damit zentriert montieren und das Getriebe rutschte ohne irgendwelche Schwierigkeiten in die richtige Position. Ab hier alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und vor allen Dingen nach der Montage der Antriebsachsen das Getriebeöl und auch die Montage der Lenkstange nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Einblick in die durchgeführten Arbeiten geben und freue mich schon auf das nächste Video. Schöpfung, das Ganze wird hier und die Augen in die Erfstuins zweimal zurückgelegt. Ich habe aber leider sehr gut gemacht und auf das nächste Mal von Axträger und Geist, wie ich möchte, die Anmüter vom Glocke erwerben. Ich kriege auch eine Anmüterung chain ausgeliefert. Ich habe auch eine Anmüterung eines Erfests, und ich kann es nicht öffnen, aber ich kann es einfach ganz gut ausgeliefert. Ich bin die Anmüterung. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass ich persönlich auf dich